also die mission gerade war echt nervend aufreibend ok machen die da dafür steht auf der matte hat wer lust auf einen kleinen battle nein der ringer wicke steht dass fünf stoffeln geplant sind ja so viele ich dachte es wurden eine zweite und es wird doch spin auf serien angekündigt mir egal was sie machen sollen so viel machen sie wollen ohne scheiß also selbst wenn die serien wirklich nicht so alle sind unterwegs und unterhalten recht froh können von mir aus machen was die wollen mit der herr der ringer serie 8 der kugel hastens krachen diphol nutze die achterkugel um zum ziel zu kommen nutzen das ist halt auch wie bei mir mit harry potter ich weiß ich bin da auch gerade mit der tierwesen so ein bisschen gelaunt aber ich denke mir da immer zum schluss so halten also irgendwann werde ich das sowieso gucken und ich liebe es sowieso riesige freundschaft apropos riesige freundschaft ich habe heute ich habe heute die letzten zwei folgen agent of shield geguckt bevor ich den nächsten film entgucken konnte von phase drei und den habe ich heute dann auch angefangen es ist so war tatsächlich machen bin ich kein großer freund aber ich mag um ehrlich zu sein muss ich alle bumper kaputt machen da sind die nutzer unterstützt bin kein großer freund von server aber ja die sache ist also ich sag jetzt mal nach dem aktuellen punkt würde ich sagen staffel 1 und 2 sollte man mal gesehen haben staffel 3 kannst du dafür 3 ist halt wirklich nur zu 100 prozentierung aber sonst ist noch eine achterkugel die sache das ist noch zweiter wieso ist noch eine dritte nicht genau also ich muss sagen ich bin jetzt mit dem marvel marathon halt weiter ich bin jetzt gerade eigentlich mehr so aus dem marvel thema raus deckt das spiel wieder bitte nicht auch nein 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 muss man echt mehr nach rahmen gucken ich muss auch generell mal aufräumen dass wir vielleicht auch mal eine idee nein 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 wie du machst das video jetzt ja klar machst du das video jetzt ein moment ist auf zeit ich bin so dumm ich wusste nicht dass es auf zeit ist egal ich habe gewartet weil erstens sehe ich die zeit nicht der ist genau bei der kamera drüber ich muss alles von vorne machen ich habe ich musste ich ein paar sachen weg machen musst du was entfernen ich glaube jetzt läuft es läuft nicht flüssiger war dumm sorry ich habe nicht gewartet ich habe was währenddessen gemacht die machen sogar so ein klinggeräusch wie wenn man richtige kugeln hat eine klage gibt es Und dann auch alle braucht? Ich weiß es nicht. So viel Zeit hat man echt nicht. Hallo, da ist doch mal eine Kacke da. Also beim Sound her ist das echt cool gemacht. Aber abseits davon weiß ich noch nicht. Ja. Okay, wir haben es. Okay. Sorry nochmal. Oh. Nutze die Achterkugeln ja, ja. So. Ich komme eigentlich direkt auf das nächste. Man sieht sich auf zweimal Karussellingen. Besiege alle Gegner in den Zeitlimits. Uh, aber Karussellingen? Hmm. Ach komm. Ich verstehe jetzt auch genau, was der Sinn macht. Okay. 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 Thanks auch. Okay. Bye-bye. Oh, ich hoffe mal auch. Bye-bye. Das war's für heute. Das war lustig. Das sind's heute schon auch wieder ein Dealzicket. Ja, es wurde bestätigt, dass ein Dealzicket kommt. Aber die Frage ist halt was. Ne, Stichwort Splatoon 3 Dealz. Hier gibt es schon Vermutungen halt, weil es gibt ja eine U-Bahn-Station, ob man eventuell da halt wieder runterfährt. Aber daneben ist auch eine Tür, die ist zu. Da sieht man eine Rolltreppe, die nach oben führt. Und man hat das Gefühl, dass es halt wohl auch thematisch wohl nach oben geht. Besonders der Story-Mode scheint wohl auch zwischen Wüste und Schnee was zu tun zu haben, was auch zu den zwei Hauptfiguren ein bisschen passt. Ähm... Ja, weiß man noch gar nicht zu. Aber anscheinend sieht man auch irgendwo dem Trail in der Rakete, was auch wieder sehr interessant sein könnte. So, Chat 6. Boah, warum braucht man Marina so ewig? Der fällt mir ein, wir könnten zwar acht über die... Zwar acht über die Kamera im Auge behalten, aber ihr könntet uns nicht sehen, oder Obi? Ach so, wir wissen ja. Das ist korrekt. Okay, dann nur zwischen uns. Marina ist ein bisschen komisch. Erstmal ist sie abandig groß und außerdem weiß sie viel zu viel über Maschinen. Er hat sogar ganz alleine eine ganze Arena zusammengebastelt. Komplett mit schwebenden Felsen und allem, was dazugehört. Er verrückt, oder? Arena mit schwebenden Felsen? Okay, schwebende Felsen. Das ist Octarianer-Technologie. Hä, was sind Octarianer? Octarianer halt. Ach, die Typen, die großen Revierkrieg vor 100 Jahren verloren haben und jetzt irgendwo weit weg leben. Von denen haben wir in der Schule gehört. Und mal so, das heißt, dass Marina eine von diesen Octarianern ist. Nein, definitiv nicht. Ist ja nicht so, als hätten sie auch die passenden Haare und so. Ich sehe mein strenggeheim auch zu sein über Octarianer nach. Marina Ida. Also ich spiele das blind. Verfahren 83, Octoling-Ingenieurin. Aufenthaltsort unbekannt. Übersicht sechs Jahre. Beginn der Grundausbildung in der Glimmer-Garnition. Neun Jahre Abschluss der fortgeschrittenen Programms nach Überspringen ihrer Klassen. Zehn Jahre. Mitentwicklung des Octo-Flooters. Eine vollautomatische Wegputz-System. 13 Jahre. Eintritt in die Glimmer-Garnition. Spezialgebiet Octobot-Bewaffnung. 16 Jahre. Abkommandierung zu DJ Octarius. Wasabi-Nachschub-Einheit. Moment, der hat bei DJ Octarius mitgemacht. Im selben Jahr Kontakt mit Musikstück Calamari-Incarnation der neuen Aquamarine. Zitat. Der tintastische Groove hat meine Seele seitdem abgetaucht. Marina Ida. Mitentwicklung des Octo-Flooters. Die sind nicht ohne. Die haben Nummer 3 mehrfach erwischt. Nummer 3 ist aus Splatoon 1. Was echt? Die bringen meine Tüte zu kochen. Uns haben sie beigebracht, dass Octo-Flooters gewissenhafte Intelligenz sind. Das passt bei Marina wie der Saugknopf das Auge. Das ist Eigenschaft der Octo-Flooters. Ja. In ihren Arenen gibt es Fallen und Stellen, an denen man schwebt. Und so. Äh. So was sieht man. Sonst nirgends. Zu einer Milliarde Prozent Octo-Flooters. Technologie. Na so was. Marina ist der Octo-Flooters. Hey. Aber sie sagt auch, dass der Groove von Calimari-Incarnation ihre Seele berührt hat. In Song Mark kann nicht mein Feind sein. Ah. Genau. Vielleicht hat sie mal ein klein wenig zu den Bösen gehört. Aber das ist nicht die Marina, die ich sie jetzt kenne. Klar. Denke dir für den Einblick. Jetzt passt mal auf, OP. Wenn die Marina mal über den Weg läuft, komme ich ja nicht irgendwie komisch. Habe ich mich da klar ausgedrückt. Zu Befehl. Also dann 8 weiter geht's. Interessant. Außerdem im DLC mit Michael spielen. Die ganze Tinte wieder weg machen. Äh. Die man davor im Story-Modus herumgesaut hat. Das wäre so was von lustig. Ach hier. Ich traue mich von Inkopolis. Ah, das ziehe ich. Aber ich stand doch mal da dran. Cool. So. Nächste Mission. Schalte schnell. Flitz. Öl. Bringe die Achterkuchen zu ziel. Ich fände cool, würden die mal. Vielleicht sogar dieses, äh. Dieses, dieses Dreckweg-Ding. Als, äh. Dreckmacht-Ding. Fände ich total cool, würde sowas machen werden. Den Blaster. Ach so dazu. Folgen sie der Achterkuchen. Wir haben sie, äh, allen den Schalter. Okay. Ah, ich seh. Ich seh. Ich seh. Okay, wir müssen uns beeilen. Alles klar. Ich fände aber cool, würden die so eine Map aus, aus, äh, aus, aus, aus Dings nehmen. Das fände ich cool. Okay, also es gibt auf jeden Fall Safe Points. Das ist schon mal gut. Um nun wieder, ja, um zu kommen. Ja. 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 Das ist schon mal. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich will mich zu verfolgen, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, alles klar. Ich hab mal Glück gehabt. Jetzt fällt die da runter. Schön. Angreifer ausweichen. Ohohohohoho. Ja. Oh ey, wir haben direkt drei Leben. Ich würde sagen, ich glaube, das gibt es mir trotzdem. Ich weiß nicht, wenn man den Tüler trifft, ich glaube schon. Das ist irgendwie nicht. Okay, man kann sie vernichten. Ach, den hab ich ja gar nicht gesehen. Okay. Und ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. ach komm jetzt neu von professor e gett der dreck in 0 9 17 nur für kurze zeit dreck hin nicht gut die ist sehr sehr gut ach komm das ist doch jetzt nicht wahr war bungstabbs was kann ich glaube der anreiz ist ja auch gar nicht die auszuschalten aber ich will die trotzdem nicht haben stinken wir brauchen zwei schlusser ach ich konnte nicht da weg das ist schon sehr unschön das wäre mega lustig wenn ich da hoch fliegen könnte ja vielleicht geht es aber also wenn ich bekomme die anderen herrs formen die einfach wir haben es geschafft das ist das ist das ist das ist Du bist so ein Ding! Du bist so ein Ding! Du bist so ein Ding!